Willkommen zurück hier bei Let's Play. Ähm. Max the Ninja. Life is strange. So, wir haben uns jetzt ganz schnell an dem vorbeigeschlichen und treffen uns jetzt mit Chloe. Die hat uns ja was echt wichtiges zu berichten, da bin ich mal gespannt. Mann, 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 was hat die denn jetzt zu erzählen? Oh, oh. Booyah! Sie denn? Get it? Booyah! Like I'm a scary punk ghost. Ja, total. Like a scary punk asshole. Hey, Chloe, I didn't exactly have the greatest day trying to keep my friend from jumping off the roof. I don't think I need you to prank me tonight, okay? Sorry, but you absolutely balls to the walls did save your friend. Kate saved herself. Kate saved herself. I couldn't even use my power. My head felt like it was being crushed. Hmm. 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 Didn't you say that it was all about chaos theory? I don't see any control over this chaos. Oh, right. Except for your ability to, oh yeah, manipulate time and space. No biggie. Chloe, I just feel weird about some of my decisions. Especially after I just got Nathan expelled. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? Right. For one thing, there's too much coincidence between the people around Kate and Rachel. Like Step Prick and Nathan Prescott? Not just them. Yep. I just want to beat the shit out of those particular bros. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... Kicking it in Los Angeles? That would be the best case scenario. She wouldn't leave without me, okay? And how often do missing girls turn up? We have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Now tell me what's your secret. Drumroll, please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, Step Prick. You are such a boss, Chloe. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Insert groan here. Na, ob das gut endet, das halte ich für ein Gerücht. Thank you again so much for helping me put together a portfolio. Hopefully the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was distracted as you know. It's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. Hm, der schlammt denn jetzt. I don't know what I would have done if Katie jumped. Katie? I had no idea you two were that close. Did she? Well, how does this affect the everyday heroes contest? It doesn't. The contest is still a go and I still have to pick the winner the best represent Blackwell. I've got all the photos except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And, uh, I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that under skies threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only... Die ist halt echt nicht so intelligent. Die droht einfach direkt... Oh, ich würde die direkt disqualifizieren, rauswerfen und sonst noch was. So stupid. Du bist so dumm. Ich glaube, ich glaube, Victoria kann nicht mehr schweigen. Die Scheiße ist um die Real-Block-Wall zu werden. Let's go find out. Chloe, the Keymaster. You know it. Dude, I don't know about this. We're both already in so much trouble. Not to mention the weed you brought into my room. Joking. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? We can't charge us for just entering. I'm serious. We could go to jail. Not if I'm related to the head of Blackwell's security. Stepshit will not want me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. But my powers didn't save Kate. Maybe I did on my own. Come on. One more door and our work here is done. Okay. Dann hop hop. Hmm. Hast du's dann? That's it. What the fuck? Look, the security officer should have the key to the principal's office. He's hiding shit. Like everybody here. Well, now we definitely have to get this door open. Believe it or not, I know a little about lockpicking. Thanks to Frank. I might as well test out my thief skill. Go for it. We're already in this deep. Well, you could look for the key. Just in case. Why yes, I could. Da sind ein paar Schlüssel. Vielleicht ist ja der richtige dabei. Dead end. Hier eher nicht so. Können wir hier drauf direkt mal gucken. Hier sind die Schläge. Nichts für das Principal's Office. Mist. Crap. Da drunter sind zwar auch noch Schubladen, aber egal. Böre. Mann, Mann, Mann. Als ob sie das aber so weit vorne verstecken. Obwohl, habe ich das nicht gerade schon angeguckt? Oder habe ich das an... Kein Platz für dich. Wir müssen noch einen anderen Weg finden. Ich glaube, ich habe nicht genug Zeit mit Frank. Aber ich werde meine DIY-Lockpick-Täulen benutzen, während du mit einem besseren Plan kommst. Mein Plan hat einen Namen. Hey, Warren. You busy? Just Bubblehearth. You'll be okay. Listen, I need your physics expertise, Stat. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kind of know how? Huh? No. I'm just asking for fun. Thanks, science guy. No, no, no. Stay. Hey, we need you as backup. Just send the text instructions now. Yes, I'm still all in to go ape with you at the drive-in. Thanks for the hope. This sucks ass. Goddamn door. Try not to wake up everybody at Blackwell. Well, sorry, Max. I got nothing. What about your plan? I'm going to put it together. Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Warren is such a classic nerd. Let's see if I can find those items. Ja, moin. Einfach im Mülleimler suchen. No can here. Hmm. Release the Kraken. Oh, God. Ich glaube, ich brauche die für das Ding, oder? Okay, ich gucke noch mal eben kurz, was ich denn alles noch mal brauche. Wieso ist die Anleitung hier nicht mehr? Ach so, hier kann man noch runtergehen. Unbekannte Nummer, das Warren. Okay. Dose. Zucker, eine Dose Limo, Klebeband, Natrium, Chlorat. Okay, die Dose Limo haben wir schon. Nochmal kurz angucken. Moment. Zucker, eine Dose Limo, Klebeband und Natrium. Zucker könnte hier auf diesem Tablett gewesen sein, oder? Ich wusste es. Oh, Zucker. Okay. Mann, meine Lichterkette ist ausgegangen. Jetzt sitzt ich hier komplett im Dunkeln. Die geht alle paar Stunden mal aus. Oh. Alles klar, jetzt fehlt uns noch Klebeband und dieses komische andere Zeug. Finden wir das vielleicht hier, oder müssen wir dazu noch mal in den anderen Klassenraum? Ich weiß es nicht. Klausuren. Ich liebe diesen Formulinen-Klausuren. Nur ein B-? Warren hat meine Hoffnung verletzt. Natürlich bin ich kaum über die Wissenschaft. Hm, hätten wir ihm das gesagt, hätte er vielleicht eine bessere Note bekommen. Jetzt habe ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich mir so dachte, hm, Wayne. Die Zähne-Biologie. Ugh, gross. Die Zähne. Okay. Graffiti. Ich habe nie gesagt, dass sie großartig waren, Troll. Max takes shitty selfies. Alles klar, da ist mal wieder jemand lustig. Mensch, Mensch, selten so gelacht. Okay, was ist hier noch? Aquarium? Ich würde eigentlich sagen, diese Flüssigkeit müsste sich irgendwo ihr befinden. Wo sollen wir das denn jetzt finden? Nun, Kraut, finde ich da hier vielleicht? Everybody's asleep. I hate to wake them up, but I want a picture. Good evening, fish fish. Nutzen wir die Gelegenheit doch mal. Danke, fish. Nice Arbeit. Unkraut, fand ich da. Mann, das müsste es doch eigentlich in so einem Aquariumzeug auch geben. Da gibt es doch auch so Unkrautzeug. Als ob die sich dann so denken, hm, I don't care. Okay, gucken wir nochmal woanders. Das ist wie eine Szene in einem Horrorfilm. Max, wenn du nicht Sodiumchloride in dem Wissenschaftlerbe finden kannst, dann gib es. Ich fühle mich sogar gross, nach Nathan's Arbeit zu schauen. Aber er hat ein bisschen Stil. Ja. Äh. Oh, Kate. Selbst wenn du schuld warst, hast du versucht, das Gute in der Welt zu sehen. Shit. Daniel ist ein besser Illustrator als ein Fotografer. Sag Max, der Kunstkritiker. Victoria. Das ist ziemlich schade. Wie kann ich jemanden, der so schützt, der so schützt, wie das? Victoria's Zigaretten? Ich bin sicher, dass Herr Jefferson so beeinflusst. Aber richtig. Klebeband. Dankeschön. Das Tape ist mine. Mann, wo sollen wir denn jetzt das andere Zeug finden? Das müsste ja eigentlich in diesem komischen Dingens sein. Es sei denn, der andere Typ hätte hier so ein Dingens, so ein Putzraum. Schau mal eine Runde, Chloe. Das passt schon alles. Herrenklo. Ein langer Zeit vorhin. Nathan wurde zerbrochen. Hm. Wir haben halt alles bis auf... ...das Zeug. Und das muss halt eigentlich hier drin sein. Komm. Verarsch mich nicht. Das gibbet hier. Unkrautvernichter. Hm. Wir können einfach die Note erinnern, aber ich glaube, das sollten wir nicht tun. Das bringt uns am Ende auch nicht weiter. Das bringt uns am Ende auch nicht weiter. Das bringt uns am Ende auch nicht weiter. Ich wünsche, dass ich wusste, was Periodik bedeutet. Hm. Wir sind dabei, meine Liebe. Ach, da oben. Ich kann nicht finden, wenn ich einen Sodium-Cloride-Box benutze. Hm. Da passiert doch wieder irgendwas Schlimmes. Du weißt, du bist schuldig, Max. Du weißt nicht, dein Rewind-Power. Use die verdammte Tür. Das stimmt. Okay. Jetzt ist es Zeit, um Chloe zu zeigen, dass Max die Bombe ist. Theoretisch könnten wir jetzt die Tür aufbomben, dann da reinlaufen, die Zeit zurückdrehen und dann die Tür einfach, wenn von innen so ein Schloss ist, können wir die dann einfach von innen da aufmachen. Das wäre eigentlich so der Plan. Vielleicht liegt da ein Schlüssel rum oder so. Geh es schnell an der Tür, Chloe. Let's try this instead. Boom. Literally. Yes. Time to blow shit up. If you'll light the candle. This is so cool. Get ready to haul ass. That was so fucking cool. Oh, we are toast. Here comes the whole Arcadia Bay Fire and Police Department. Uh, so what should we do? Äh, da reinlaufen. Und das Ganze rückgängig machen. Würde ich mal behaupten. Das ist so die schlauste Lösung. Lol, wir können die echt einfach von innen aufmachen. Erstmal in aller Ruhe alleine umschauen. Die denkt sich gerade nur so, hä, wo ist Max? Nee, alleine können wir hier eh noch nichts machen. Okay. Hallo. Oh. If I can get this bastard open, she can't cheat with her rewind. Oh, this is bullshit. Fuck you, door. Welcome to my domain. Du bist magisch. Ich habe keine Ahnung, wie du in da bist, aber du hast es, Sista. Die Firma, ich stehe. Jetzt holen wir was, was wir wollen, und beat es. Meine Macht nur so weit geht. Man, ich kann sehen, warum der Prinzip lockt dieses Raum ab. Fancy faux-art-krap. Er muss alle wissen, dass er Geld hat. Aber keine Zache. Es ist wenigstens bequem. Wenigstens das. Das ist deine Chance, wirklich alles deduktiv und schade, Sherlock. Find uns einige Kluge über Rachel, Kate, Nathan, jeder. Ich bin auf der Kluge. Gut, ich würde sagen, wir setzen den Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017